Gehörst du auch zu denjenigen, die schon seit einer ganzen Weile so eine innere Stimme wahrnehmen, die da sagt, da muss es doch irgendwie noch mehr in meinem Leben geben, als das, was ich gerade im Außen vorfinde. Und vielleicht ist diese Stimme gerade in der jetzigen Zeitqualität, die wir haben, noch etwas lauter geworden und du spürst, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, meinem Leben die wirklich von Herzen gewollte Richtung zu geben. Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Irmgard-Anna Bronder, ich bin Mentalen Bewusstseins-Trainerin, Lebensfreude-Coach und du erfährst hier, wie du deinen Seelenplan entdeckst, deine Lebensaufgabe erkennst, deine Visionen wieder ausgraben kannst, deine Mission entdeckst, also diesen unsichtbaren Rucksack, den wir alle irgendwo mitbekommen haben, als wir hier auf diese wunderschöne Erde gekommen sind, wo unser Lebensplan versteckt ist. Und du erfährst hier auch genaue Schritte, wie du dem Ruf deiner Seele auch tatsächlich folgen kannst, mit anderen Worten, deinen Seelenberuf daraus kreieren und erschaffen kannst. Ich selbst komme aus dem öffentlichen Dienst, war 30 Jahre im Büro, habe mich da die erste Zeit zwar gut gefühlt und war auch sehr stolz auf diese Stelle, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, wurde aber im Laufe der Jahre immer unzufriedener. Die Arbeit hat mich nicht mehr wirklich mit dem Sinn erfüllt, den ich eigentlich gesucht habe, dem Sinn des Lebens und so habe ich mich auf den Weg gemacht und das sind alles Dinge, wie ich das gemacht habe, die erfährst du hier auf diesem Kanal. Unter anderem auch sonntags morgens zur Zeit in Live-Trainings, die hier als Aufzeichnung dir zur Verfügung gestellt werden. Genau, du findest hier in der Nähe von diesem Video auch einen Button, klick da drauf, einen Link viel mehr und da hast du die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Seelenfreudeberatungsgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team zu buchen. Dann schauen wir uns genauer deine Situation an und du bekommst Schritte anhand kostenfrei, die du abgestimmt auf deine derzeitige Situation dann ganz individuell auch umsetzen kannst. Ich wünsche dir viel Freude, viel Inspiration hier auf meinem Kanal, freue mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Bis dahin, ciao, ciao!